Der Main Support God ist back am Stiesel mit einem weiteren Hextech Pack Opening. Heute werden wieder zwei Champion Capzeln geöffnet. Viel Spaß dabei. Echo, den habe ich sogar schon auf Level 5, fast auf Level 6. Kann ich direkt benutzen dann, wenn ich den mal wieder spielen sollte. Also schon mal richtig gut. Gangplank spiele ich sowieso nicht. Garen. Der ist mir wie gesagt zu komplex. Und die Power Sensen. Ja. Das war es wieder mit dem Hextech Pack Opening. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.